Ja, ich bin Ilona Burkhoff und ich arbeite als beratende Psychologe und insbesondere mit dem Kinder- und Jungencoach. Ich habe einen Sohn, der ist jetzt 34 und bin Oma einer zweijährigen Enkelin, über eine Freundin, die mich anrief und mir erzählte, dass sie immer eine Werbung bekommen hätte und sie erzählte mir, dass sie sich entschieden hat. Sie ist Kindergärtnerin und da habe ich gesagt, da gehe ich mit, was ich gut fand. Also bis heute habe ich das nicht bereut und es macht riesig Spaß und wenn man dann auch die Erfolge bei den Kindern und auch bei den Erwachsenen sieht, bin ich immer ganz mit dem Herz dabei. Einfach toll. Einfach und toll. Effektiv. Auch sehr gut. Betrifft man immer nette Menschen. Ehrlich. Ja. Ich finde ihn toll. Also ich glaube, alle Menschen finden ihn toll, weil er so authentisch ist und er das so spielerisch rüberbringen kann. Das wird überhaupt unbedingt. Oh, da gibt es ein ganz riesengroßes Potenzial, aber auch Anrufungen bei den Eltern. und ich finde ihn toll.